Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Haben sich mit einer großen Thermoskanne zusammengesetzt und für sie recherchiert. Wer viel Kaffee trinkt, dem wird das oft als Laster, als eine schlechte Angewohnheit angerechnet. Das liegt vor allem an zwei Eigenschaften, die dem schwarzen Bohnengetränk nachgesagt werden. Die erste, Kaffee entwässert. Dieser Mythos hält sich hartnäckig, denn in ihm steckt auch eine kleine Bohne Wahrheit. Das Koffein in der Tasse wirkt tatsächlich harntreibend, aber nur für Menschen, die selten Kaffee trinken. Regelmäßige Kaffeetrinker gewöhnen ihren Körper an das Koffein. Bei ihnen drückt also die Blase nach einem Kaffee auch nicht mehr als sonst. Kaffee entzieht dem Körper aber definitiv kein Wasser, denn der schwarze Wachmacher besteht größtenteils aus Wasser und trägt dadurch zum Wasserhaushalt des Körpers bei. Die zweite, Kaffee macht süchtig. Darüber lässt sich streiten. Wer ihn weglässt, ist müde, bekommt Kopfschmerzen und schlechte Laune. Die Weltgesundheitsorganisation sieht Koffein trotzdem nicht als suchterzeugende Droge. Unser Körper gewöhnt sich an die regelmäßige Koffeindosis und er reagiert, wenn sie plötzlich fehlt. Es ist aber kein echter Entzug, denn das Belohnungszentrum im Gehirn schlägt da nicht wie bei harten Drogen Alarm. Auch ohne Kaffeenachschub ist das Schlimmste nach einem Tag durchgestanden. Nach wenigen Tagen Abstinenz ist übrigens auch die Koffeintoleranz abgebaut und der Kaffee wirkt wieder wie neu. Auch in der Wissenschaft und in den Medien ist Kaffee ein beliebtes Thema. Kaum ein Monat vergeht, in dem nicht irgendeine Studie zur Wirkung von Kaffee veröffentlicht und in den Medien aufgegossen wird. Mal erhöht er das Risiko für eine Krankheit, dann ist er wieder besonders gut zur Vorbeugung. So zum Beispiel für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Vergangenes Jahr haben sich Wissenschaftler deswegen gleich 36 Studien rund um Kaffee und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorgenommen. Sie haben die Daten quasi durch den Kaffee-Filter der Wissenschaft tropfen lassen. Die Meta-Analyse. Und das starke Ergebnis, wer drei bis fünf Tassen schwarzen Kaffee am Tag trinkt, hat ein kleineres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen als jemand, der gar keinen Kaffee trinkt. Dasselbe ergibt sich auch aus Studien zu Schlaganfällen und Herzversagen. Ein paar Tassen Kaffee am Tag verringern das Risiko. Der Trend stimmt übrigens auch für Diabetes, Alzheimer und Parkinson sowie für einige Arten von Krebs. Zumindest deutet sich das an. Jedenfalls, Kaffee schadet der Sache meist nicht. Doch bevor jemand jetzt gleich literweise Kaffee kocht, um sich vor Herzerkrankungen, Diabetes und Alzheimer zu schützen, es lohnt sich nicht die Bohne. Der positive Effekt von Kaffee wird nicht mit jeder Tasse stärker, sondern verschwindet ab einer gewissen Dosis sogar wieder vollständig. Aber Kaffee hilft in den richtigen Maßen nicht nur gegen Krankheiten vorzubeugen, sondern auch gegen chronischen Stress und seine Symptome. Das haben Forscher der Universität Bonn herausgefunden. Wer vor lauter Stress schlechte Laune hat, sich nicht mehr richtig konzentrieren und sich nichts mehr merken kann, der sollte erst einmal einen Kaffee trinken und abwarten. Denn das Koffein blockiert die Adenosin-Rezeptoren im Gehirn und lindert damit die Stresssymptome. Die meisten trinken unter Stress sowieso schon mehr Kaffee und behandeln sich damit intuitiv selbst. Der zerknirschte Satz, ich sollte nicht zu viel Kaffee trinken, der ist unfug. Wer ohnehin schon zu den Kaffee-Liebhabern gehört, der muss kein schlechtes Gewissen haben, sondern kann den nächsten Kaffee in vollen Zügen genießen. Und für die Espresso-Liebhaber hier nochmal die reduzierte Version. Kaffee entwässert nicht, ist keine Sucht, verringert das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfällen, Herzversagen, Diabetes, Parkinson, Alzheimer, Krebs und schützt vor Stress. Mythen über Kaffee stoßen auf Studien über Kaffee, Sandro Schröder und Markus Engert. Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM